Wenn du hier stehst, hast du bereits die Praxis der Perspektivenwechsel geübt. Super! Lass uns nochmal schauen, ob das Objective gut beschrieben ist. Ein gutes Objective hat einen Mehrwert. Die Bestimmung des Mehrwerts ist oft nicht so einfach, wie das Wort vermuten lässt. Deshalb greifen wir auf eine Technik von einem Kuro namens Reinhard Sen zurück. Er sagt das folgende. Überlege dir eine Situation, in der das Objectives nicht rechtzeitig umgesetzt wird. Entstehen dadurch Schäden? Wenn ja, inwiefern? Wenn nein, dann überlege, ob die Umsetzung des Objectives sich wirklich lohnt, weil es ohne den Mehrwert kein gutes Objective sein kann. Wenn du es richtig überlegt hast, dann schreibe den Mehrwert in ein weiteres Post-it ganz rechts auf dem Bildschirm dazu. Gehe jetzt zurück zum Board und überprüfe das. Ich werde hier auf deine Rückkehr warten. Jetzt hast du bereits zwei Drittel eines Objectives erfasst. Der Mehrwert ist für alle erkennbar. Super gemacht! Der Ansatz mit der umgekehrten Schadensbewertung wird Cost of Delay genannt. Er gehört nicht direkt zur OKR, aber er hilft uns, den Mehrwert für das Objective schnell und effektiv abzuschätzen. Ich meine, das war ein bisschen überprüft. Das war nicht nur für zwei Drittel eines Objectives. Aber es warET und etwas überprüft, was es nicht mehr so gut. Wir sehen uns beim Verschäden. Wir sehen uns beim Verschäden.